Ja, scheiße, scheiße, scheiße. Wir gehen noch den steilsten Berg hier hoch, an den kleinen Hübeln hierher. Den hast du jetzt ausgesucht. Ja, richtige Schützenraum. Bist wir da ganz oben hoch? Nein. Guck mal, die Scheiße im Dreck. Ja. 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 Geile Sachen, endlich wieder draußen in der Natur, heute ist es ein bisschen frisch, jetzt wollen wir auch so einen Temperatursturz kommen, schön kalt, schauen wir mal, auf jeden Fall haben wir genügend warme Sachen mit, das wird schon werden, ja, so weiter geht's Tja, hier sind so Art Schützengräben, wir wissen leider nicht, naja, das kommt, das ist echt kurios, geht hier komplett auf dem Hügel lang, ein Draht nach dem anderen, ob das mit dem Krieg oder nach dem Krieg noch zusammenhängt, das wissen wir nicht, müssen wir mal recherchieren, auf jeden Fall ist hier die Bundesgrenze, nicht Bundesgrenze, was ist das für eine nochmal, Landesgrenze, Brandenburg, Brandenburg, genau, ob das manchmal damit zusammenhängt, hängt, jetzt stehe ich genau drinnen an dem Graben, irgendwo da hinten haben wir unsere Lager, Ja, ja. 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 Wir gucken, wo geht's lang, wo kommt der Feind. Ja. 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 krass 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 pump ab, das bie, pump es jetzt um hin pump, das bie, pump es jetzt um hin Tja Leute, hoch. Jetzt gehts auf ins Bett. Marcel und ich, wir liegen schon heute. Unser Gemach. Schön. Minus 2 Grad waren wir heute. Ist nicht so kalt. Ja, gar nicht so. Das Feuer brennt immer noch. Sollte man. Das wird schon werden. Aber wir haben ein Leben. Benutzt hier. ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020